und am sechsten tag die currywurst von curryking wie soll ich sagen hier ist überhaupt nichts zu sehen nach sechs tagen im gegensatz zu der anderen currywurst die wir im test haben hier passiert derzeit nichts und wir warten einfach mal ab was dann die nächsten tage sich hier so entwickelt